Moin Moin und herzlich willkommen zum Einrichten und allerersten Eindruck des Redmi Note 10 5G. Das hat Xiaomi am 11. Mai auf ihrem Erweiterungsevent vorgestellt und ich konnte das Gerät dank Xiaomi Deutschland bereits auspacken und habe alle Informationen dazu bekommen. Und nun richten wir das Gerät einmal zusammen ein. Auf dem Gerät läuft MIUI 12 basierend auf neuestem Android 11. Xiaomi hat da ja immer so eine interessante Update-Politik, aber ihr werdet definitiv Android 12 auf dem Gerät bekommen. Android 13 wird wahrscheinlich eher unwahrscheinlich sein. Richten wir das Gerät ein. Wir können als allererstes die Sprache auswählen. Das ist natürlich Deutsch, Landauswahl Deutschland oder Österreich Schweiz. Geschäftsbedingungen müsst ihr akzeptieren, sonst kommt ihr hier nicht weiter. Dazu heißt es hier Mi-Dienste und wir installieren erstmal ein bisschen was. Das könnt ihr natürlich dann wieder löschen, sobald ihr das nicht haben wollt. SIM-Karte lege ich jetzt mal nicht ein. Netzwerkverbindung verbinde ich einmal das WLAN. So, was mir jetzt beim Tippen aufgefallen ist, der Vibrationsmotor wirkt ein bisschen schwacher und das hier fühlt sich von der Verarbeitung, also das Redmi Note 10 Pro, das aktuell teuerste Gerät aus der Reihe, das fühlt sich so ein bisschen runder, so ein bisschen hochwertiger an. Das fühlt sich hier so ein bisschen, naja, alles ein bisschen flacher gehalten an. Also von der Seite, vom Haltgefühl, von der Rückseite. Es fühlt sich verarbeitungstechnisch nicht so, finde ich, hochwertig an, wie das Redmi Note 10 Pro. Das nur mal so gesagt. Apps und Daten kopiere ich jetzt nicht. Das könnt ihr machen. Da könnt ihr dann einfach euer Google-Konto anmelden und dann kopiert ihr eure Daten direkt auf das Gerät rüber, ohne irgendwie Daten aufwendig verschieben zu müssen. Anmeldungen mit dem Google-Konto, das mache ich jetzt auch mal nicht. Das überspringe ich erstmal, weil ich gucken möchte, wie viel auch ohne alles, was runtergeladen wird, direkt von dem 128 GB Speicher. Es gibt aber auch eine Version mit 4 GB RAM und 64 GB. Also beide haben 4 GB RAM, aber 128 oder 64 GB. Da zahlt ihr 20 Euro Aufpreis für. Suchanbieter könnt ihr Google, Microsoft Bing, Info.com oder Privacy Wall auswählen. Ich wähle jetzt Google. Aber hier könnt ihr dann halt selbst entscheiden. Hier wird noch ein bisschen was über die Suchmaschinen verraten, falls ihr euch informieren wollt. Google Pay ist direkt inbegriffen, weil das Gerät hat auch NFC. Das heißt, ihr könnt damit auch in Läden bezahlen. Im Mi-Konto anmelden, das werde ich jetzt auch erstmal nicht machen. Das ist euch überlassen, das ist auch optional. Das könnt ihr überspringen. Passwort festlegen. Der Fingerabdrucksensor sitzt an der Seite im An- und Ausschalter des Gerätes. Da setze ich jetzt als Passwort, er sagt jetzt hier, merkt ihr das, weil wenn du es vergessen hast, musst du es zurücksetzen. Da setze ich jetzt mal einen sehr sicheren PIN ein. Natürlich nicht, aber naja, macht es nicht. Ich mache es jetzt zu Demonstrationszwecken. Fingerabdruck hinzufügen an der Seite. Das funktioniert relativ fix. Immer wieder auf- und abtippen, damit er den Fingerabdruck von allen möglichen Stellen einmal erkennt und dann abspeichern kann. Da er jetzt an der Seite sitzt, denke ich, dass die meisten das mit dem Daumen machen werden oder mit dem Zeigefinger der linken Hand. Da könnt ihr auch mehrere einstellen und dann könnt ihr mit einem Fingerabdruck das Gerät entsperren. Weitere Einstellungen könnt ihr sagen, sollen die Apps einen Standort kriegen, Diagnosedaten automatisch und Xiaomi schicken, damit sie die Software verbessern können. Automatische Systemaktualisierung, das heißt, wenn ein Update verfügbar ist, wie jetzt zum Beispiel Mioi 12.5 kommt relativ bald, dann wird das automatisch heruntergeladen und euch angeboten, ob ihr es installieren wollt. Personalisierte Anzeigen aufgrund der Interessen oder auch Benutzererfahrung, das könnt ihr jetzt an- und ausstellen, wie ihr wollt. Ich lasse das jetzt mal zu Demosationszwecken alles an. Standard Startprogramm. Wie wollt ihr starten? Wollt ihr das relativ klassisch haben? Das heißt, ihr wischt immer zur Seite und je mehr Apps, desto mehr Seiten gibt es da oder wollt ihr die App-Übersicht, die ich präferiere? Das heißt, ihr zieht es einmal hoch und habt das dann alles in einer großen Kachtel. So, Einrichtung abgeschlossen, Mioi 12. Jetzt lädt er alle Apps einmal, die es auf dem Home-Bildschirm gibt. Das braucht immer beim ersten Einrichten ein bisschen, sollte dann aber auch relativ schnell laden. Zum Vergleich der technischen Daten noch einmal. Das Gerät unterstützt 5G, das unterstützt kein 5G. Aber was kann das Redmi Note 10 Pro für 50 Euro auf Preis, sag ich mal so, oder es gibt es auch schon günstiger, was kann das jetzt mehr? 120 Hertz AMOLED-Display, 90 Hertz Nicht-AMOLED-Display, 108 Megapixel-Kamera auf der Rückseite mit 8 Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera und noch zwei weiteren Sensoren, 48 Megapixel-Kamera und zwei weitere 2 Megapixel-Sensoren, also keine Ultraweitwinkel-Kamera. Großes Display, kleines Punch-Hole, großes Display, relativ großes Punch-Hole. Also das Redmi Note 10 5G muss um einiges bieten, damit es sich hier irgendwie, naja, rechtfertigen kann. Außerdem haben wir hier einen Snapdragon 732 5G, schneller Prozessor drin. Hier haben wir einen Mediatek der ManCity 700. Wie schnell, wie langsam der ist, wird sich jetzt in meinem Alltagstest zeigen. Aber vom ersten Eindruck der technischen Daten fehlt mir persönlich irgendwie die Daseinsberechtigung. Also der große Unique Selling Point des Gerätes, merkt man ja, ist 5G. Und das ist in Deutschland bisher nicht, also ist schon gut ausgebaut, zumindest wenn ihr in Städten lebt. Aber 5G, um davon wirklich, von der Technologie, um da wirklich profitieren zu können, braucht ihr einen Vertrag, der unendlich Datenvolumen unterstützt. Und das tun bisher wenige Verträge. Und wenn schon, sind die sehr teuer, wo man sagen kann, wenn ihr euch so einen Vertrag leisten könnt, dann könnt ihr euch auch ein 1.000 Euro Smartphone leisten und geht dann aufs Mi 11 Ultra oder Mi 11, Mi 11i, fertig ist. Also da ist jetzt für die meisten Kunden 5G sowieso nicht so relevant. Das möchte ich jetzt mal hier so erwähnen. Außerdem, der Akku ist zwar mit 5000 mAh größer, meine ich. Nee, der hat 5000 mAh, also die sind gleich groß. Der lädt aber nur mit 18 Watt hier. Der lädt mit 33 Watt. Also in allen Belangen ist das Redmi Note 10 Pro besser. Erster Eindruck, nochmal von der Verarbeitung. Es fühlt sich auch nicht so hochwertig an. Das habe ich bereits schon erwähnt. Das möchte ich jetzt hier nochmal wiederholen. Dafür wirkt es ein bisschen handlicher. Also es ist besser, weil das Display kleiner ist, das Gerät auch vielleicht einhändig zu bedienen. Das wäre jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel. Hier ist schon direkt ein Update, 18 Gigabyte belegt von 128 Gigabyte. Das finde ich ist völlig okay. 18 Gigabyte, da habt ihr noch ca. 110 Gigabyte frei. Es gibt aber direkt ein Update auf wahrscheinlich, genau, MiUI 12.0.3. Was ist da jetzt neu? Es wurde ein bisschen optimiert, das Gerät. Aber, naja, das wird sich jetzt alles im Test klären. Aber so im ersten Eindruck, da muss was passieren, dass ich sage, okay, da würde ich euch jetzt ein Redmi Note 10 5G empfehlen. Eher nicht so ein normales Redmi Note 10. Oder eher euch sagen, Leute, spart euch das Geld und kauft euch kein Pro. Denn bis auf 5G ist das Redmi Note 10 Pro in allen Belangen so um einiges besser, dass hier echt was passieren muss, dass ich sage, Leute, kauft euch das und gebt nicht mehr Geld aus. Aber das, wie gesagt, wird sich jetzt im Test für Technik News.net klären. Das war es vom Einrichten und ersten Eindruck des Redmi Note 10 5G. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne den Kanal, falls ihr den Testbericht zum Gerät nicht verpassen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank an Xiaomi Deutschland für die Leihgabe des Gerätes. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.